Herzlich Willkommen auf Königsbrunnen, Frau von Grasco. Die Künstlerin. Das freut mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich freue mich auch sehr, Sie kennenzulernen. Ihr wisst sicher beide noch, was vor 20 Jahren war. 93. Die werden uns zur Rechenschaft ziehen, uns alle drei. Weil wir es verdient haben. Ich werde das Problem lösen. Ein Förderfall. Ich werde das Problem lösen.